Hallo und Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar zu Sniper Elite 4. Ich weiß, ich habe dieses Spiel schon mal angespielt im Livestream, aber ich wollte es mal in Let's Play Form machen, weil das Spiel eigentlich ziemlich groß ist und in Let's Play Form macht das vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß. Ja, nochmal kurz zur Erklärung. Sniper Elite 4 spielt im Zweiten Weltkrieg, also mitten im Zweiten Weltkrieg und wir sind KFÖ und müssen halt herausfinden und aufhalten, dass die, wie sage ich das jetzt, ohne dass ich irgendwelche schlimmen Wörter sage, dass die schlimmen Deutschen, sage ich jetzt mal, so eine Atomwaffe bauen. Und die müssen wir halt aufhalten. Ja, die Story ist schon mal grob so gesagt, aber es ist halt nichts Großartiges. Naja, starten einfach die Kampagne und ihr werdet es dann sehen. Wir werden auf Normal spielen, weil ich will gar nicht wissen, wie die anderen Schwierigkeitsgrade sind. Das ist nämlich bestimmt richtig schlimm. Also auf Normal mit dem Set ist eigentlich egal, welche Waffen. Hauptsache hier Scheiternverwaffe. Und rein da. 1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens. Nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, so gwinzten die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cilini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cilini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmitt. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmitt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission? Schmitt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Der gute alte Schmitti. Schmitt ist mein Hauptziel. Ich muss wissen, was die Nazis mit dieser neuen Rakete vorhaben. Schmitt ist nicht das einzige Ziel. Die Offiziere müssen auch ausgeschaltet werden. Ich möchte einfach nur das Spiel spielen und mir ist es ganz egal, welche Begriffe hier kommen. Natürlich ist es immer nicht schön, wenn man sowas hört. Aber es ist auch sowas wichtig, wenn man darauf verzichtet und es einfach ignoriert. Und ich werde darauf keine Acht geben und es einfach ignorieren. Ich hoffe, ihr macht es auch und werdet es in den Kommentaren bitte nicht so eine Kacke machen. Ja, gut. Wenn wir das jetzt geklärt haben, klettern wir hoch hier. Das Geile ist, wir können ja auch klettern. Und da ist schon unser erster Feind. Wir machen das Stealthy. So. Na, Brudi, wie geht es dir? Schönen Arbeitstag. Aber nicht mehr lange. Gut. Ja, die Anfangssequenz. Wir haben ja schon die ersten drei Level, glaube ich, schon gespielt. Hier gibt es nichts mehr zu erfinden. Ja, ja, ich weiß. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir sehr viele Sachen machen können. Wir haben ja auch nicht die ganzen Nebensachen gemacht. Ich weiß nicht, wie viele ich davon mache. Ähm, in dem ersten Level auf jeden Fall werde ich schon alles machen. So. Dann werden wir hier das Ding mal runterschießen. Das Geile ist, es gibt ja hier Zielhilfe. Und die geile Killcam. Kann man mal sehen, wie das Teil da runterkracht. Und den Kerl noch mitnimmt. Und die Burg da auch noch halb einstürzt. Ja, puh, wirst du. Geil, rüber da. Und nochmal rüber. Gut gemacht. So. Sorry, dass das Spiel die ganze Zeit am Ruckeln ist. Also so leichte Ruckler. Ähm, aber das Spiel ist halt überhaupt nicht optimiert. Das merke ich. Und wenn ich auf meine OBS-Aufnahme sehe. Äh, das ist ja unerträglich. Aber das ist ja nur die Vorschau. Also ich glaube mal, das wird nicht so ruckeln. Ich habe ja eine Testaufnahme nochmal gemacht. Ähm, so. Wo finden wir denn die richtigen Gegner? Die richtig schlimmen Deutschen. Das klingt immer noch so bescheuert, aber okay. So. Wir haben einmal hier. Kamera zerstören. Nazi-Officier töten. Und hier auch nochmal. Also vier davon. Und dann hier General Schmidt. Und hier ist nochmal. Also hier sind die drei Kameras. Und da sind alles Offiziere. Und hier ist nochmal General Schmidt. Also wir werden... Ja, hier so runter. Und dann hier. Und dann hier. Und dann hier. Und dann werden wir uns mit General Schmidt kümmern. Kümmern. Ist es? Ja. Da bin ich dir... Ganz einer Meinung. Da würden wir auf jeden Fall mal rauf gehen. Wenn da ein Auto lang fährt. Und hier sogar parkt. Was soll die Kamera? Hm. Weiß ich nicht. Zeit. Da mal was Explosives daraus zu machen. Fast Infuse lässt grüßen. Kabumm. Ah, ich mag die Killcams. Wirklich. Das macht halt so Spaß, es zuzusehen. Und schöner Sprung hier. Gut. Alles gesichert. Hoffentlich. Ja. Keine Feindaktivität mehr. Na Jungs. Es tut mir leid. Aber ihr wart leider an der falschen Seite. Das kenne ich auch nichts dafür. Man kann auch die Leute looten. Aber das ist unnötig. Laufen wir jetzt mal hier lang. Hoffentlich kommt hier nichts. Wir wollten ja auch in dieser Richtung. Oh, aber ich komme im Fahrzeug. Oh, schnitt. Denk. Oh, ganz. Was ist die? Ich bin nicht da. Warte, warte. Scheiße. Ah, fuck. Warte, warte. Nee, nee. Ich werde mal einen Kontrollpunkt laden. Ich hoffe, das muss ich nicht so häufig machen. Aber so einen unnötigen Schuss, den werde ich jetzt nicht machen. Lassen wir einfach das Fahrzeug dort rumfahren. Scheiß mal da drauf. Wir müssen eigentlich alles abknallen. Lassen wir mal sie hier genüsslich ihre Tage machen. Ganz ruhig, Karl. Muss nicht so viel laufen. So. Zwei Gegner. Drei. Auf der Karte. Hoffentlich kriegen wir sie schnell ausgeschüttet. Ja, da war was. Ja, komm mal her. Schön den Kopf abgeballert. Was? Hier hat doch keiner jemanden abgeknallt. Warte, warte, warte. Kabumm. Perfekt. Keiner hat es mitbekommen. Es ist alles klar. Also die Level werden ja ziemlich groß sein. Hier schon am Anfang. Also ihr seht ja schon, wie viele Ziele wir hier haben. Das wird ja immer größer. Es gibt glaube ich acht oder neun Level. So um den Dreh. Und die werden dann immer schwieriger. Jetzt wird es ja erstmal leicht sein. Hier haben wir noch einen. Den wir jetzt schön laut loskehlen. Einen Griff. Check. Aha. Schön den Hals. Okay. Also hier oben ist ja die Dingens. Ach nee, hier oben ist ja gar nichts. Hier. Hier ist der erste Offizier. Der Nazi-Offizier. Da können wir schon mal langlaufen. Warte, ich markiere mal. So, haben wir schon mal markiert. Ich glaube da unten sind welche, aber da wäre ich jetzt nicht lang. Gehen wir mal hier hin. Okay, ich sehe einen Außenposten. Mit B können wir jetzt zum Beispiel die Sphärenrohr aktivieren. Können wir markieren mal. Also hier haben wir einen Informanten. Nochmal. Ach nee, der Infantrierte, Alter. Wieso sage ich Informanten? Äh, noch irgendwo einer. Ich sehe bisher nur zwei. Okay, gerade fliegt hier so ein Flugzeug lang. Ich weiß nicht, das könnten wir ja sogar ausnutzen, wenn nächstes Mal noch so ein Flugzeug rumfliegt. Egal, ich knall jetzt einfach den ab. Warte, warte. Und weg mit dir. Oh. Das war köstlich. Und hier noch den hier. Als wenn der nicht tot war. Aber jetzt. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Kraball gemacht. Weil das Jagdgewehr ist super laut. Also, lauter als eine AK-47. Nein, Spaß. Also, so laut würde sie jetzt nicht sein. Aber ihr habt es schon gesehen. Das war nicht schallgedämpft. Budi, komm mal her. Ich habe noch eine kleine Sturmbaffe, aber... ...die eher nur für Notzwecke benutzen. Falls wir wirklich am Arsch sind. Und ich komme jetzt hoch zu dir. Hi, Brudi. Äh, haha. Oh, oh. Voll den Kopf. Mit den Beinen weggehauen. So, erkennen wir hier auch. Oh, hoch. Okay, mein neuer Sniper. Nehme ich mal mit. Mal Waffen wechseln. Können wir mal nicht schaden. Ah, doch. Hier können wir hoch. Feind sucht. Das ist schön. Aber juckt mich jetzt nicht so. Ja, hier kann ich nicht viel sehen. Also, da ist ein Fahrzeug. Was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Der General. Ach, Quatsch. Der Offizier, mein Güte. Ähm, okay. Wir haben schon mal den Offizier. Da hinten ist ein Fahrzeug. Hier ist einer. Gut, anscheinend da ist noch einer. Genau. Und mehr sehe ich aber auch nicht. Okay, schalten wir den äußerlichen aus. 500 Meter einstellen und schön die Luft anhalten. Ins Auge, jawohl. Okay, er hat natürlich ein bisschen was gehört. Man macht nichts. Du bist der Nächste. Oh, ins Gehirn, Junge. Also, am nächsten Tag wird deine Aufgaben nicht mehr so toll sein, weil dein Gehirn ja weg ist. Okay, aber hier könnte ich ja kommen wir mal so eine Kettenreaktion. Warte. Jetzt, komm. Laut, nach. Okay, ich hab's noch geschafft. Oh, fuck. Jetzt haben sie aber mich entdeckt. Da, da sehe ich einen. Ich muss jetzt schnell tüten. Warte. Im General können wir auch nochmal kähen. Ich hab da neben geschossen. Ah, deine Lunge existiert leider nicht mehr. Kannst du nicht mal rauchen gehen. Okay, aber wir haben noch einen hier in der Nähe. Und da kommt noch einer. Gut, der ist Geschichte. Okay, die verpissen sich, glaube ich, gerade. Das ist gut. Nämlich muss ich da runter. Ach nee, ich muss da gar nicht mehr runter. Ich muss jetzt dort drüben. Wollen wir den Checkpointen? Ich sollte die feindlichen Truppen am Checkpoint ausschalten. Das wäre sehr empfehlenswert. Haben wir das nämlich gecleared. Oh. Die kommen da gerade hoch. Aber zum Glück nicht bei meiner Seite. Ja, lauft mal da weiter. Okay. Währenddessen, die da checken, gehe ich da mal runter. Okay. Gut. Schön mehr Munition. Und rüber hier. Ich habe Bock jetzt, das zu sprengen. Warte mal. Nimm das TNT. Natürlich mit Zeit. Packen das einfach hier ran. Oh fuck. Weg hier. Weg, 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 weg. Oh scheiße. Also das will ich jetzt sehen. Boah. Das fühlt sich doch geil an. Schön alles von den Nazis abbrennen lassen. Jawohl. Gut. Komm, das finde ich auch explodieren lassen. Boom. Weg mit euren scheiß Lastern. Oh, hier ist einer. zu labern. Scheiße, ich habe daneben geschossen. Oh, ich habe mich gerade noch gerettet. Hallo. Ich sehe keiner. Na, ich untersuche den mal. Vielleicht hat er was Wichtiges. Ich bezweifle das, aber man kann ja mal kurz gucken. Ich habe alles eingesammelt. Klar, du schätzt es, aber du musst dir auch sicher sein. Also da hilft Schätzen jetzt auch nicht viel, wenn du dir nicht sicher bist. Na, wird egal. Gehen wir mal hier rauf. Ich muss wieder auf ins Getümmel. Und nicht mehr hier unten in diese in diesen Tunnel. Okay. Und dann hier nochmal in den schönen Holzpfahl rauf. Da war der Kantenmaler auch am Start. Der ist in jedem Spiel vorhanden. Fuck, jetzt bin ich ja wieder hier. Aber warte mal, ich kann hier noch rauf. Alles gut. Alles supi. Ich hatte noch Angst gehabt, aber da gab es immer noch einen Weg nach draußen. Ah, siehst du. Nochmal ein Sniper-Ort mit einer weiteren Sniper. Oder ist das dieselbe? Doch, ich will ja hier nicht snipen, weil das Ding ist, hier sind ein paar Kollegen unten. Und das wäre ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier Sniper, dann hören die das. Ich hoffe, wir bekommen noch einen Sniper mit Scheidämpfer. Das wäre nämlich richtig geil. Okay, Kontrollpunkt sichern. Ähm, da ist mal hier Raum, da. So, ich lasse hier sichern. Gut, Karl. Oh, keiner unten. Alles gut. Aufpassen. Okay, er geht weg. Nein, hat's nicht. Weiter, 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 weiter. Gut. Alles gesichert. Nice. Achso, das war jetzt immer nur dieser Tunnel, den wir sichern sollten. Joa, okay, war ja recht einfach. Das ist doch toll. Gleich ein ganzes Waffenlager, Alter. Ja, kann man sich ja mal mitnehmen. Boah, jetzt habe ich Bock, das explodieren zu lassen. Aber ich will jetzt hier nicht einen auf ähm Krawall gewürstet machen und alles explodieren lassen. Das muss auch ein bisschen stealthy sein. Gehen wir nochmal hoch zum nächsten General. Soll ich dem Generälen meinen Namen geben? Wie nehmen wir den jetzt hier? Ich habe jetzt wieder einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich gerade wieder General gesagt, obwohl das Offiziere sind. Obwohl Offiziere eigentlich fast dieselben na, eigentlich gar nicht dieselben Stempel haben. Sie haben, Offiziere haben glaube, in heutigen Stempel haben sie wahrscheinlich ähm Captains und nicht Offiziere. Früher hieß das halt so. Aber ich glaube heutzutage würde das Captain heißen und General heißt halt General bleibt halt immer noch so. Und du bleibst aber nicht mehr lange so. Denn ich komme jetzt angestrichen zu dir. Habe ich nicht so ein Wurfmesser? Das wäre so geil. Ne, habe ich leider nicht. Was machst du da eigentlich? Ach, du isst ein Apfel. Arschloch. Das ist nie wieder ein Apfel. Das ist alles. Das ist alles, was zählt. Hier nochmal zu looten und nochmal mitzunehmen. Okay. Töte die Nazi-Offiziere, egal wie. Gut. Da ist so ein Schießstand. Hier vorne haben wir noch einen. Ey, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich war nicht hier. Bis Weihnachten ist alles vorbei. Genau, bis Weihnachten. Da hinten ist der Offizier. Ich bitte gerne warten, bis der weg ist. Und wenn ich den hier abklären. 3, 2, 1. Jawohl. Ich habe sogar einen Achievement dafür bekommen. Und jetzt einfach den hier kennen. Nein. Warte, mein Schatten, mein Schatten. Nein, ich lasse es nicht sehen. Mal überlegen. Wie gehe ich am besten vor? Der Vorhang fällt, Kumpel. Der Vorhang hält. Das beste Motto. Und noch die Kamera zerstören. Kaboom. Nichts. Das besteht die Kamera. Und noch die Kamera 만들어. Die Kamera sobirth.